Guten Morgen, wir haben die erste Nacht in Dänemark verbracht und was soll ich euch sagen, es ist viel wärmer als in Nordstädten. Und die Sonne scheint, wir stehen direkt am Meer, alles prima. Und jetzt gibt es einen Kaffee. Wir sind Melanie und Hugo. Schon seit 1990 verarsen wir immer mal wieder Teile von Europa. Dabei haben wir die verschiedensten Camping-Variationen ausprobiert. Nun geht es weiter in unserem selbst ausgebauten Land zusammen mit unserem Hund Hugo. Wir schauen uns heute das wunderschöne Schloss Fredericksburg an. Das Wasserschloss Fredericksburg ist ein bedeutendes Renaissance-Bauwerk mit Kastellanhaus und Neptunbrunnen. Die Außenanlage zeigt schöne Arkaden, Figuren und einen symmetrisch angelegten Barockgarten sowie einen romantischen Landschaftsgarten, der sich um das Herrenhaus erstreckt. Das Wasserschloss Fredericksburg ist ein bedeutendes Renaissance-Bauwerk mit Kastellanhaus-Bauwerk mit Kastellanhaus. Das Wasserschloss Fredericksburg ist ein bedeutendes Renaissance-Bauwerk mit Kastellanhaus-Bauwerk mit Kastellanhaus-Bauwerk mit Kastellanhaus. Das Wasserschloss Fredericksburg ist ein bedeutendes Renaissance-Bauwerk mit Kastellanhaus-Bauwerk mit Kastellanhaus. Das Wasserschloss Fredericksburg ist ein bedeutendes Renaissance-Bauwerk mit Kastellanhaus-Bauwerk mit Kastellanhaus. Wir sind im Streetfood-Viertel von Kopenhagen. Voll cool hier! Musik 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 Wir besuchen heute mal die Freistaat Christiana in Copenhagen. Genau. Musik Christiana ist eine autonome, durch Hausbesetzer 1971 gegründete Stadt innerhalb Kopenhagens, in der die Aura der 70er Jahre auch heute noch herrscht. Es gibt eigene Regeln. So werden Marihuana und Glücksspiel toleriert, Waffen jedoch sind verboten. Gerne wird Christiana auch heute noch als Hippiestadt bezeichnet. Musik Des Weiteren schauen wir in Kopenhagen auch das Kastell an. Und laufen die Hafenpromenade entlang. Musik Natürlich sehen wir die kleine Meerjungfrau. Musik Und posieren ganz romantisch, allein. Äh, naja, nun doch nicht so ganz allein. Musik So Melanie macht schon mal was für Amerika aus. Also sie hat sich da nett mit ein paar Amerikanerinnen unterhalten. Dies ist der prachtvolle Springbrunnen mit der heidnischen Göttin Gephion, eine Asenjungfrau aus der germanischen Mythologie. Man sieht sie hier mit ihren zu Stieren verwandelten Söhnen. Musik Heute am zweiten Tag in Kopenhagen schauen wir uns die Innenstadt, die Altstadt, an. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 WDR 2016 WDR 2016 WDR 2021 WDR 2019 WDR 2021 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dies ist die ehemalige Börse aus dem 17. Jahrhundert mit einem sehr interessant gestalteten Turm. Bis zum nächsten Mal. Hier gibt es sogar ein 25-Stunden-Hotel. Ich denke, die machen mittags durch, oder? Schloss Rosenborg aus dem 17. Jahrhundert steht mitten im Park Kongenshabe und beinhaltet seit 400 Jahren die wertvollsten Schätze der Königinnen und Könige. Musik Musik Das ist wie die Öresund-Brücke. Leider bei Regen, wie ihr seht, aber so ist es halt. Bei richtig Wind. Oh ja. Hört man wahrscheinlich auch. Ups, vergessen den Kaffee zu machen vorher. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Heute Morgen wollen wir euch mal das Resümee von Kopenhagen geben. Genau. Wir haben ja gestern Kopenhagen angeguckt. Also gestern und vorgestern. Wir waren ja zwei Tage da. That's life. Ja. Ich musste gerade erst mal den Akku wechseln. Der war natürlich gerade jetzt leer. Das ist ja immer so. Aber das war auch ein Akku. Ja, den werden wir jetzt auch entsorgen, der Akku. Der war schon ziemlich alt und egal. Okay. Kopenhagen. Genau. Also die Fressmeile. Hatten wir schon. Die war klasse. Alles in alten Containern. Ja, das war total super. Und den Tipp haben wir von unserem Sohn gekriegt. Der war nämlich, als er zu Besuch war bei uns auf dem Hinweg in Kopenhagen und hat die Spielfoodverdauer gelassen. Ja, genau. Ja, danach waren wir in der Freistadt, in der geduldeten Freistadt Christiana. Das war so ein Viertel. Da hätte ich mich nachts nicht ohne meine Kumpels reingetraut. Ich hatte ja bei Melanie dabei. Wir waren ja auch tagsüber da reingegangen. Dann ging das. Aber es war trotzdem interessant. Also es war jetzt nicht... Also an jeder Ecke wurde man angequatscht wegen Drogenkaufen und überall lagen die Kipfer rum. Hütchenspieler ohne Ende. Dort durfte man übrigens nicht filmen. Das war ein extra großes Schild. Und die haben dich auch ganz böse angeguckt, weil du mit der Kamera da durchgegangen bist. Ich habe das einfach so überhaupt nicht gemerkt. Ich habe einfach immer Fotos gemacht und gefilmt und auf einmal sagte Uwe, pass mal auf. Ja, okay. Ja. Achso, zu der Streetfoodmeile wollte ich gerade noch kurz sagen, die Preise sind allerdings gehobene Klasse. Ja, okay. Ja, zweite Tag Kopenhagen. Ja, am zweiten Tag haben wir uns dann erst mal am Hafen ein bisschen rumgetrieben. Der sah sehr schön aus. Es gab Parks, Skulpturen. Nette Leute haben wir getroffen aus Amerika. Einen schönen Gruß an dieser Stelle. Und ja, dann haben wir natürlich die kleine Meerjungfrau besucht. Habt ihr ja gesehen. Also wir müssen sagen, wir kannten Kopenhagen schon. Allerdings ist das schon, was haben wir, 22, dann ist das schon 30 Jahre her. Es hat sich ein bisschen was verändert. Da, wo man damals geparkt hat, stehen jetzt Hochhäuser. Ja, man muss dazu sagen, also Kopenhagen ist schon schön und viele alte Gebäude, Backsteinhäuser und so weiter sind noch vorhanden. Aber genau dazwischen haben die wirklich supermoderne, gläserne Bauten gesetzt. Es ist ein bisschen befremdlich, aber vielleicht macht es auch das gerade heutzutage aus. Aber insgesamt hat uns Kopenhagen trotzdem sehr gut gefallen. Ihr habt ja gesehen, ich durfte irgendwann nicht mehr filmen, hat der Wachsoldat mir verboten. Aber er wollte eigentlich nur, dass ich vom Fuß nicht runtergehe. Ich habe das nur nicht verstanden. Ja, okay, wir haben dann doch mehr die alten Bauten gesucht, weil das interessiert uns irgendwie mehr. Genug gelabert, Kopenhagen war schön. Wir frühstücken jetzt, beziehungsweise trinken Kaffee und dann geht's weiter. Kopenhagen 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 Wir besichtigen die Runensteine von Jelling und steigen damit so ein bisschen in das Zeitalter der Wikinger ein. Denn Harald Blauzahn, König von Dänemark und Norwegen, schwur den nordischen Göttern ab und bekannte sich zum Christentum. Und dieses Ereignis musste er natürlich festhalten und somit ließe es in Stein meißeln. Auf dem Platz, an dem die Steinkirche von Jelling heute steht, war einst eine Grabkammer, vermutlich mit den Knochen von Harald Blauzahns Vater. Diese Einfassung, die ihr hier seht, soll den ehemaligen Königssitz von Harald Blauzahn eingrenzen. Die Steinplatten am Boden formen das ursprüngliche steinerne Schiff nach, in dessen Zentrum eine Grabkammer war, in der sich mächtige Personen begraben lassen konnten. Mit diesem Schiff konnte der Tote nach Valhalla der letzten Ruhestätte der gefallenen Krieger segeln. Außer Kopenhagen kannten wir Dänemark eigentlich nur als Durchreiseland. Ja, und jetzt schauen wir uns Dänemark ein bisschen genauer an und die ersten Eindrücke waren schon überraschend gut. Ja, wirklich. Und es bleibt auch spannend, wir gucken uns noch ein paar Sachen mehr an in Dänemark. Also solltet ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten. Auf jeden Fall. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid, was zu tun ist. Und wenn euch auch ein bisschen was Geschichtliches hier, König Harald und so weiter, auch gefallen hat, könnt ihr das ja mal in den Kommentaren kundtun. Ja, vielleicht gucken wir uns ja nächste Woche noch ein bisschen mehr von König Harald, Wikingern an. Wer weiß. Vikings. Vikings. Oha. Naja, lasst euch mal überraschen, es wird noch einiges kommen. Hachner-Lottenbrock. Okay. Daumen hoch freuen wir uns. Abo wisst ihr Bescheid. Und jetzt darfst du es sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.